An-Baut-Wortz-Abart Ja Und damit seid ihr gerüßt, meine lieben Zwergige Nummer bezeichnet, um zu einem weiteren Netztest Auf meinem Kanal Ja, es ist Gamescom Woche und ich habe tierisch Bock, die Spiele auf der Indie-Games-Arena-Seite auszutesten Und stürze mich jetzt mal in das erste Netztest des heutigen Tages rein Ich werde wahrscheinlich heute einige Netztests aufnehmen Solange noch keine Show oder noch keine Veranstaltung ist Wage ich mich noch an Netztests und so weiter und spiele mal die Demos durch, die es so gibt Ja Willkommen zu Unbound-Wortz-Abart Ein weiteres Indie-Game Hier haben wir den Prolog, den kostenlosen Demo Prolog Ich würde mal sagen Options Ja gut Back Starten wir mal ein neues Spiel Auf gehts, New Game Und da spielen wir schon diesen Charakter hier Ein weiterer Titel mit Unbound drin Gestern habe ich schon im Livestream Ein Spiel namens Weiß nicht wie das hieß, aber es hatte Unbound The Way to the Unbound oder irgendwas so in dem Weg Irgendwas in der Art Okay mit den Feldtasten stellen wir Hüpfen tun wir mit der Nährtaste Okay, ich bin dieser kleine rote Mönch hier Das kleine Ding in der roten Mönchskutte Das ist eine Art Jump and Run Ja sehr schön Schauen wir mal Was hier so läuft Ich habe hier erst noch Fragen und hier habe ich schon weitere sind weitere größere Mönchswesen Jetzt zu reden Dann rede ich mal Oh, sorry There you are Gibt es auch auf Deutsch So, Moni will start in a minute And we cannot find your brother I am sure he is behind the wall looking for help He has never been late for our rights Sully, could you find him? Give us a hand so that we may begin We cannot start the incarnation without him Okay, ich gucke mal ganz kurz Option nochmal nach Audio Keyboard Language Einstellungen Sieht gerade nicht so aus Schade Na dann auf Englisch So, wir müssen unseren Bruder finden Damit die Zeremonie beginnen kann Okay Okay, wir haben einen Hebel Switch the level Pick the level, Krunk Ja So, das hier mal verschieben Oh, hier Eine Zwischensequenz Huh? Das war löse Erronischer freigeschaltet Survives the Catastrophe Ähm Ich habe die Katastrophe überlebt Okay, alles brennt Okay, alles brennt Achso, jetzt gehen wir zurück Und können wir mit ihm hier reden The portal The portal It's Pure Evil Those Ghost Abominations Abominations Have seeped Into our world A few Of our People Managed to escape the attack Find them Solely Find them Before it's too late I I Will Die Die Er wird sterben Checkpoint Check the point Check the point Und durchs Portal Ach du Scheiße Ich will raus hier Ach du Schräg Hinunter gefallen Checkpoint Bisschen Checkpoint Scheint mir fast so Okay, was haben wir hier Oha Press X To toggle the portal Und die jetzt dann wieder hoch Achso Mhm Jetzt kann ich nichts tun Momentan noch nicht Ah Sehr gut So kann ich mich an den Hindernissen vorbei Ah Sehr gut So kann ich manche Hindernisse überwinden Ich habe das jetzt auch ohne Zeit hingekriegt Ja Jetzt ist hier nichts mehr Jetzt können wir durch die Wände gehen Check the point Das Spiel austricksen Naja das Spiel austricksen ist das nicht Oh Ähm Ja Jetzt waren wir natürlich auch dort drin Dürfen wir natürlich auch nicht in den Abgrund fallen Das ist natürlich jetzt auch das Wichtige Dass man wenn man im Portal ist dann auch dort nicht stirbt In der Nava Welt In der Nava Welt Jetzt müssen wir da schaffen hoch zu kommen Verdammt Zum Glück hat man ein Checkpoint hier Setze ich hier mein Portal hin Dann kann ich hier sehr gut hüpfen Hops Dann sehe ich hier alles Die sind glaube ich auch nur da wenn du im Ja siehst du da fährst du runter Und auch nur da wenn du im Portal drin bist Die sind nicht unsichtbar und werden dadurch sichtbar gemacht Sondern die sind Die sind nur in dieser Welt da Und wenn du wieder raus gehst Stehst du in der Luft Oh wei Ich glaube ich muss das Portal mal ein bisschen versetzen Äh Ein bisschen So dürfte es gehen Also kannst du das nicht so machen dass du das Dass du da einfach Dass du da weiter gehst und Du weißt jetzt wo die Felsen sind Da kannst du einfach in die Luft springen So ist das nicht Du musst schon in dieser Welt sein Verdammt Ja gut das Das braucht ein bisschen Geschick Und hops Und hops Ach komm schon Das ist doch hier Stell ich mich doch zu doof an Na komm So Und jetzt mal hier nicht sterben Nach Möglichkeit nicht sterben Sagt er Sagt er Ja gut Üben 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 mach den Kleister Ähm Ist noch kein Kleister von mir gefallen So So Üben Üben mach den Kleister Meister So Portal setzen So Und Pass auf Pass auf Pass auf Ach komm ich war doch da oben Da können wir jetzt nicht mehr hoch oder Verdammt Müssen wir mal wieder ein bisschen zurück Hier da kann ich jetzt nicht hinspringen Da wäre eigentlich eine Plattform Aber Das ist die Falsch Welt Sehr schön Abgesehen von meinem Skill Der sich hier Richtung Null bewegt Ist das doch hier gerade einigermaßen schön Hier Ist doch hier eigentlich ganz schön Mein Skill ist natürlich nicht schön Ach komm Wie schwer ist das denn dort auf eine Plattform drauf zu springen Der muss ein bisschen weiter nach rechts So Jetzt kommen wir da mal endlich hoch So Sehr gut Ach du Scheiß wie machen wir denn das jetzt Ähm Sehr gut Okay ähm Ein Monster Ähm Angreifen können wir noch nicht oder Hier ist ein Stein Ich spring mal hier hoch Ich spring mal hier hoch Ich spring mal hier hoch Okay Kommen wir jetzt hier nicht mehr weg oder was Fest gesetzt Das ist blöd Das ist blöd Weil jetzt kommen wir hier nicht mehr durch Der hat das blöd gelaufen Wir hätten nur ein bisschen weiter weg setzen müssen Wir müssen jetzt neu starten oder was Der Kreis muss ein bisschen weiter weg sitzen Und nun Und nun Das Checkpoint davor habe ich Angst Ach Sehr gut Sehr gut Oha Dann wurden wir getötet Sehr gut So können wir den Stein hier schieben Ach du Kacke Das ist ja das Monster Der Stein ist das Monster Verstehe Ich verschieb dich mal Ha Ha Jetzt kommst du nicht mehr durch Okay Versteher Wir brauchen den Stein Okay Dann komm mal her Monster Komm mal ganz dicht ran Bloß nicht ins Grüne gehen Also solange wir hier im roten Bereich sind Ist das Monster ein Stein Das heißt wir können es auch als Stein benutzen Und jetzt hoch hier Sehr gut Und hier reden können wir nicht Okay Der Hub Oh Sody So glad to see you again You are alive And well We found this Enchanted Place While we We are trying to escape But magic Looks like magic Forbidden here Magic is forbidden here Here take this map I am sure That will Guide you Through Your journey Mhm Press Tab To have Opened the map Mhm Sehr schön Ja die map Hübsch I trust You have noticed This Mysterious Moon 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 Left Behind me It does Not seem To present Any danger At least So far But we need To see What lies Beyond the stars We cannot Be sure But it might Hold the Key to Explaining The disaster That has Befallen Us The key Seems to have Been broken Into two Fragments They should be Around Here where you Search for them Okay Da Können wir nicht hoch Wir können nur zwei Dimension Und zwei D-Jump And one Nach vorn Oder nach hinten Rennen Oder nach oben Springen Press Z To Talk To Talk Ah You Start Me I am so Caught up In Trying to Figure Out more About this Ancient Structure In my Compendium It says Something about Fast Travel I wonder how It works Maybe we can Find more Okay Schnellreise Kann ich nicht aktivieren Schade Na dann Voran erstmal Okay Ich schätze mal Wir müssen hier hoch Da war ein Save Point Das ist praktisch So Weil ich hier gleich sterben werde Oder auch nicht Save the Point Check the Point Toggle the Portal Aha Da können wir unter Wasser lang Wenn das nicht gefährlich ist Ja Müssen wir das Portal irgendwie umsetzen Okay Wie sollen wir das denn schaffen Wenn wir springen Und X drücken Und X drücken Ah Sehr gut Na toll Stimmt ich vergaß das das Was ist das Kacke Das mit dem Portal Muss ich erst noch begreifen Okay Okay Da muss man ein bisschen reagieren Verdammt Nicht schnell genug reagiert Das Giftwasser Okay So So Hopps Und X und X Wir hatten es Verdammt Die müssen noch springen Verdammt Verdammt Zweimal X drücken Während wir in der Luft sind Verdammt Nur zweimal Jetzt habe ich dreimal gedrückt Verdammt Jetzt habe ich einmal gedrückt So Muss das Springen XX Springen XX Springen XX Sehr gut Verdammt Zacken Ach Da war ich zu nah am Arschig Das ist schon eine andere Herausforderung Ja das war zu knapp hier Na komm Ist doch eine gute Spielmechanik Wenn man es gebacken kriegt Nicht zu blöd dafür ist Ach komm Wie viele Leben wir hier schon nötigerweise verloren haben Sehr schön Und jetzt hier Hops Ach stimmt Ich vergiss das immer wieder Dass die Plattform dann weg ist Ich dachte ich bin da safe Das muss man genauso hantieren Springen und X Und da unten geht es weiter Eine tolle Wurst Ähm Sehr gut Dann können wir durch A secret place Ah sorry We got lost after the attack Thank you Thank you Thank you For saving me Wish you well Ist das hier eine Sackgasse Na schöne Wurst Ähm Müssen wir also doch da hoch Na schöne Wurst Ähm Wie kommen wir da jetzt hoch Bestimmt geht das irgendwie Wenn wir X drücken Springen und X drücken Warte mal kurz Oder wir machen das hier Ah Da ist eine Liane So So Ja Okay Falls da Falls da der Geräusche hört In den Nachbarwohnungen wird Und Gehandwerkt Handwerker zu Gegen Die Wand aufschrauben Dann Wand rumwerkeln Muss irgendwie jetzt Ja In den Nachbarwohnungen finden Handwerken statt Handwerken Ihr wisst was ich meine So jetzt muss ich hier hoch Eigentlich kann ich doch jetzt hier raus springen oder Eigentlich hier jetzt Ja Und hier hoch Sehr gut Und jetzt hier nicht sterben Check the point Sehr gut Press the to use the waypoint Ah Jetzt kommen wir hier Wechseln Press to teleport Fast Travel Aha Habe ich gerade nicht vor So mit ihm müssen wir sprechen Set to talk Finally Finally A familiar face This portal Holds A mysterious power Please Watch your head You don't want to hurt yourself With With The new portal May You find The door Fragment Should be around here Oh Okay Über Kopf Okay Okay Sehr gut Ach Ach Kacke Ich bin nicht dran gedacht Dass das hier Hebel Da sollte ich vielleicht So machen Na toll Ähm Die Tür ist verschlossen Okay Jetzt hier mal schnell Sehr gut Sind wir raus Check the point Ah Sehr gut Verstehe Gab es schon in einigen Spielen Schwebemechanik Verdammt Das ist gerade fast drin Ach Kacke Ich muss X drücken Sehr schön Das ging mal hin Hehehe Hurra 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 Theoretisch kann man so auch rüberfliegen Wenn man rechtzeitig drückt Verdammt X drücken Wenn man das ausnutzt um rechtzeitig zu drücken Wenn ich nur noch X drücke Dann kann ich fliegen Hehehe Schön Oha Es wird nur noch größer Ich glaube wir müssen da lang Hehehe Es wird nicht zu einem Block Ich glaube das wird Es wird ein größeres Monster Ach du Scheiße Ach Kacke Das habe ich jetzt nicht gesehen Da habe ich mir schon fast gedacht Aber hier können wir Ach Hier kann man runter sagt er Okay Das ist schlecht Nein Bah Hier müssen wir unten durch oder Wahrscheinlich Das wird das nichts Das ist zu kurz Wir müssen wohl lieber an dem Monster vorbei Aber wie das denn Ist doch unmöglich Das ist gar nicht Das kriegen wir nie gebacken Doch unten drunter lang Das müssen wir wieder schweben Da wird das riesig Da wird das Ach du Scheiße Nee das wird nichts Nee das Das Schaffe ich nicht da rechtzeitig zu drücken Um da unten durch zu fliegen Das ist Muss ja wirklich schon Wie soll das funktionieren Wie soll das funktionieren hier Tatsächlich gar nicht Nur wenn das weg wäre Wenn man das durch Jetzt auch mal Zurück hier vielleicht Hier kommen wir nicht mehr durch Ähm Ja Das blicke ich jetzt nicht Können wir das irgendwie besiegen Das ist ja entweder hier oder dort Wenn wir dort sind Nee das Das Kommen wir hier nicht durch oder Das ist nicht möglich Durch dieses Spinnen Ding zu kommen Hier wäre die Möglichkeit Hier irgendwie Ja genau so Verdammt Genau so muss das Sehr gut Hören wir doch den Kristall Check the point Hier kommt man nicht durch Hier kommt man nicht durch Hm So hier runter Okay aber So ein Mist Ist das Tor hier offen Ist das Tor hier offen Ist das Tor hier offen Und wie kommt man hier lang jetzt Wie kommt man hier lang jetzt Okay aber die Kristall Kann man die Power irgendwie ausschalten und es da Und da schnell genug runter fliegen und dann Und was ist jetzt hier Was ist gewollt Das ist ja seltsam Da haben wir doch schon den Kristall Wie kommen wir da jetzt ran Wie kommen wir da jetzt ran Ist so dicht dran Das ging mal hin Das ging mal hin Das ging mal hin nicht auf Ah doch wir sind durch Irgendwie haben wir es gerade geschafft Oh Mann Das wird ja eine Mission Das müssen wir loslassen Das soll das werden Und das ist ja gerade Der muss hier wirklich Experiment Loslassen 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 Ach du Scheiße Das kann ja was Ich war schon unten durch Entschuldigung Ich hab ja Dann noch rechtzeitig drücken Damit ich achten kann Das kann auch nichts werden Ich hab ja Ich hab ja Ich hab ja Schöne In der Schöne Oh 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 Untertitelung. BR 2018 Wenn du da unten bist, musst du ja noch und dann fällst du rein. Du musst während noch mal zweimal umwechseln. Ach kommt, ihr habt gesehen wo das ist. Ich bin, dass man das schon fast da war. Lassen wir es gut sein an dieser Stelle. Darf ich nach oben, habe ich schon gesagt. Wir sehen uns wahrscheinlich noch bei dem einen oder anderen Netztest hier. Auf meinem Kanal, das ich jetzt während der Gamescom online aufgenommen habe. Ja. Ich muss dann auch, glaube ich, bald mal Essen besuchen und so weiter. Muss mich dann noch mal so ein bisschen was, um mich selbst kümmern. Ja, macht's gut. Bis dann. Man hat's schon. Man hat's schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020